Herzlich willkommen bei Selbstklebefolie.com. Hier ist heute voller Betrieb. Wir haben in diesem Outlet Store diese wunderschönen Digitaldrucke hinter Glas installiert. Im ersten Schritt wurde im Endeffekt auf einer Folie gedruckt, die auf Klebeseite gefertigt wurde und dann auf diesen schönen Glasoberflächen verklebt. Ein recht aufwendiges Verfahren, aber wie Sie sehen, das Ganze lohnt sich wirklich. Anschließend wurde das hier hinten mit Halterungen aufgehängt und wie gesagt, wir sind hier heute im vollen Outlet-Betrieb an diesem Samstag, aber ein richtig tolles Ergebnis, wie Sie sehen. Das Ganze kann man auch in Küchen, nicht nur in Outlet-Stores oder Möbelhäusern so anbringen. Das ist ein wirklich tolles Dekor, weil wie man sieht, man hier diese schöne glänzende Schicht auf der Glasoberfläche sieht. Wenn Sie Fragen zu Digitaldrucken auf Klebeseite bzw. auf der Glaskaschierung haben, sprechen Sie uns gerne an. Und dann erklären wir Ihnen ganz einfach, wie das geht und wie kostengünstig man das letzte Ende dann auch abwickeln kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nicht vergessen, Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.